Gestern war dieser Artikel falsch und falsch interpretiert, weil die Journalist und das hat schon gefragt, Entschuldigung für diese Worte, das war nicht meine und der Verein weiß schon diese und wir sind alle ruhig, weil es nur einfach falsche Dinge waren, das wir schon geklärt haben. Ich bin überzeugt hier in Mainz zu stehen, ich werde von Mainz bleiben und du kannst sehen in 15 Tagen, wann Marken schloss, dass ich weiter hier sein kann.